Minus ein Grad und es liegt Schnee, Jo. Es liegt einfach Schnee, Jo. Wisst ihr, was das heißt? Was geht ab, meine Zuckerschnecke, oder Jo? Mein Name lautet Ezio Strax und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, man, wie ihr sehen könnt, ich bin in der Stadt. Mastbepflicht, ein bisschen Schnee, aber ja, locker, mal gucken. Mir liegt schön Schnee auf dem Boden. Skr, skr. Hab gehört, wir gucken mal, wie Stuttgart mit Schnee aussieht, hab ich gehört. Hab ich gehört, hab ich gehört, hab ich gehört, ne? Ich weiß, du beobachtest mich da oben. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Hinter mir ist der Stalkerturm da hinten, der uns alle aufnimmt und uns überwacht und unsere Daten an die NSA weitergibt. Spaß! Ja, Mann, Leuka, ich bin jetzt in der Stadt. Es ist echt schön Schnee hier, aber auch echt viele Menschen sind hier. Und nicht jeder davon trägt ne Maske, das find ich echt asozial. Ich hab gehört, ihr wollt ein bisschen Schnee aßen im Air Sound. Was geht Freddy? Öfter hier? Ich auch nicht. Vor allem nicht in Corona-Zeiten. Also ich muss ernsthaft sagen, hier halten sich echt verdammt wenige Menschen an diese Maskenpflicht. Auf jeden Fall, ja, hinter mir ist das Schloss. Fresh, ne? Dopey mopey, ja. Some goody old Architektur shit, bro. Und da hinten hinter mir seht ihr den Schlossplatz. Der Bruder hat mit fünf Jahren den übelsten Myth gehämmert. Deswegen hat er so viele High Fives bekommen, dass sein Arm abgefallen ist. GG Bruder, du hast geschaut. Ich sag doch, egal wohin ich geh, sind süße kleine Schneemänner. Ich sag doch, egal wohin ich geh, sind süße kleine Schneemänner. Ich sag doch, wie geht's denn? In the life of a Mac. Äh, mein Handy? Ja, okay, Loke, das ist echt gut am Schneiden. Loke, du magst das Gucki, mein Honey. Ja, Mann, sonst erzählt, wie geht's denn? Wie läuft euer Leben, wie läuft's, Frau und Kinder, ja? Läuft gut, ja? Ja, stabil freut mich, wichtig, ja, wichtig. Ey, nee, Mann, aber hier sind echt verdammt viele Menschen ohne Maske. Schon verschickt, ne? Keine Ahnung, was wir eigentlich machen wollen. Aber Wetter ist schön. Das Wetter ist doch schön, oder nicht? Find's nicht? Die letzten Jahre hat's kaum geschneit, ja. Ja, geht doch, guck, jetzt schon freust du dich auf Schnee, ah? Ich hab miese Selbstgespräche mit mir selber. Egal, Loke. Okay, es fängt verdammt gut an zu schneien. Ich hab keinen Plan, was ich noch angucken soll. Ich mein, hier kenn ich mich eigentlich schon überall aus. Und arg viel Interessantes gibt's ja auch nicht mehr. Ich würd gern irgendwo hinfahren, aber ich weiß nicht wohin, Alter. Loke, ich würd sagen, wir fahren irgendwo hin, raus. Gechillt. Mach hin, Mann, bruh. Mach hin, Mann. Es sind miese Zeiten zur Zeit. Das Leben ist echt hart, deswegen musst du gucken, wo du bleibst. Und zu den miesen Zeiten bist du ganz allein. Man sieht einfach nix, einfach alles weiß. Ich hab gedacht, ich kann euch jetzt schöne Aussicht zeigen. Aber einfach alles weiß, Loke. Alles weiß, Loke. Vercrackt. Okay, Loke. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Ich bin motiviert, ich bin heiß, ich bin hungrig. Wo soll man hin? Wo wollt ihr hin? Sagt mir, die gehen dahin. Sagt mir, wo ihr hin wollt. Ich geh dahin. Das ist ne ordentlich gute Schneewiese, würd ich mal sagen. Also heute wird Stuttgart echt belohnt, ey. Heute liegt echt gut Schneemann. Aber dabei bin ich doch gar kein Schneemann. Aber ist doch schön, ja. Die Leute hier haben ein bisschen Spaß. Es ist grad für jeden, ist das Leben grad sehr grau. Deswegen ein bisschen Spaß, loo. Bist du schönes Weller, yo. Bist du genießen, genießen? Ja, auf jeden Fall, was soll ich sagen. Locker, auch echt romantisch der Schnee. Ich sag nicht ehrlich, ich würd jetzt schon gern Händchen halten, aber... Bruder, schwierige miese Zeiten, was soll ich sagen. Jahrelang gekämpft, trotzdem alleine am Händchen halten. Äh? Ja, auf jeden Fall locker. Ich lauf jetzt noch ne gechillte Runde hier durch. Und dann würd ich sagen, vielleicht nach Hause. Und dann alle meine depressiven Brüder und Schwestern da draußen. Seid nicht traurig. Ihr habt mich. Ihr habt meine Videos. Ich bin für euch da. Ihr wisst geben und nehmen. Ah, mit denen Spaß nicht. Aber seid nicht traurig, ja. Zu jedem passenden Topf gibt's einen Deckel, okay. Wenn ihr grade allein seid im Depri. Es sind Phasen, wisst ihr. Irgendwann im Leben kriegt jeder das, was er verdient, okay. Und irgendwann werden wir alle am Ende glücklich sein. Und das haben, was uns zusteht. Wisst ihr, was ich mein? Deswegen keine Depri schieben. Und meine Vlogs genießen. Wie gut seh ich aus, Schneegodajus. Steht mir mein neuer Haircut. Sind gute Zeiten, ja. Die Zeit ging heute auch gut vorbei, joh. Verdammt nochmal hier. Oh, verdammt Johnny. Die Löwen hat's auch erwischt, Mann. Ich bin jetzt zu Hause. Also meine Zuckerschneegodajus. Ich würd sagen, das war's mit dem Video. Ich zeig jetzt das Outro vorgedrehten, ja. Also viel Spaß zur Verziehung. Und... Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.